Zwiefel 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 und Knobel Zwölf Zwiefeln daheim und kein Knobel naja, des is bitter und 20 Kilo Zwetschchen und keiner, der's frisst des is arsch und der Feiler der Fisch und zwei Stinger des Stiefel in den Fuhrhaus und der Blasen, die drückt auf den Darm da flippst du total aus du musst einmal dringen der Magen rebelliert und die Blasen, die drückt auf den Darm du möchtst kochen und pischen und speim und furcht geht zugleich und noch Albe kein Knobel daheim ma kennt halt ma kennt halt jetzt auf dir hergehen und se dauernd geschissen fühlen und ma kennt halt hergehen und den Schneidstirchle eine Rehren und was da herschwaren von der inneren Sicherheit, die was uns ja alle so angeht und ma kennt halt dann eine Dirre aus den Rehren außer platzen die Tschuschikern wecken und die Dirken sowieso und ja, ma kennt halt Rehren und umeinander platzen es kehren überhaupt alle wecken und alle sind trotteln und weh und der Chef kehren aufgehängt und sei falsche die Schlampen von Chefsekretärin sowieso eh ja, so könnt man umeinander platzen und rehen und bissl vor Wut und vor Zorn aber dann, wenn der Chef anruft und dann überschlagen wir uns wieder von lauter Schlemmerei und Arschgröllerei jawohl Herr Chef, das ist ja verständlich das ist ja verständlich haben wir Zeit auch in der Nacht und in der Früh gleich weiter, morgen schon wieder in der Nacht es wird uns eine Ehre, eine Ehre wird es uns sein Herr Chef und wenn wir auflegen sagen wir Trottl Deppater du kannst uns sagen wir wenn aber dann seine Sekretärin anruft sein Kongress und Urlaubsschlanken überschlagen wir uns schon wieder von lauter Freundlichkeit, wenn sie sagt aber mehr kriegen wir nicht und wir haben noch was offen das was wir jetzt einarbeiten müssen aber selbstverständlich sagen wir auch wenn es ihr noch so eine Freude macht dass uns jetzt kein Hilfen kann und den Chef mit unserem Geld auf dem nächsten Kongress nachsteigen wird verkauft sind wir ja schon fragt sie nur noch, wenn wir geliefert sind sie schaut ein bissl aus als wie die Dichterin oder die Bachmann oder wie der Anne Rolling Stone wie heißt der gleich genau der Brian Jones der was ja eh ein Gesicht gehabt hat mit ihrer Bachmann so schaut sie an die schauen sich nicht voll ähnlich so schaut es aus und je mehr sie uns aberschneit von unseren wirklich hart verdienten Gnädel desto mehr sind wir die Wot grad dass wir nicht fragen darf es nur ein bissl mehr Arbeit sein ach es meint sie jetzt ich soll ihm allein nicht die Leviten lesen unseren feinen Herrn Chef noch danke für die hohe Meinung aber was kam er denn außer dabei meint sie ich sag er ihm echt meine Meinung da fliegt nicht nur ich aus der Firma da fliegt es alle nein nein auch ich könnte nur schleimern und kuschen also sagt sie mir warum ich kreuz es ihr meinen Arsch ihr habt viel mehr Übung und wenn sie dann den Arsch kreuzet dann könnt sie euch ja noch viel besser dauernd richtig schissen füllen Liebe verzaubert auch als altes Kuchelmesser war er dir noch scharf auf dich sogar als tiefes kaltes Wasser zieg er dir Madigian rein hau er dir das Frühstück rein braut er dir bei dir als Ei Wann wir zwei zwei Glaschen kam er's auf einen Sprung vorbei Wann unsere zwei Herzen stühle Flammen von zwei Kerzen frag er dir die ganz grad aus gehen wir miteinander aus War er dir ein Frauenmörder und du warst allein als Frau dann mach er dir noch einen ganz kleinen Abstecher in deine auch so an heute haben anscheinend ganz viele Leute Geburtstag aber es ist heute auch der Todestag von meinem Großvater bitte nicht einspielen das und mein Großvater war ein gelernter Glasbläser und ein selbsternander Feldforscher ja und er hat einen starken Bezug nach Holland gehabt und aber auch nach Wien weil er dort gelernt hat und deswegen ich habe jetzt selber ein bisschen geforscht als Andenken an ihm und werde jetzt den Text ich als Steirer denkend wie ein Wiener als Holländer lesen Der Text heißt Schäfchen zählen oder ich zähle Schäfchen Duschen übrig benötige ich 14 Minuten und 33 Sekunden um mich zu schlafen das sind exakte 873 Schäfchen die ich nackt für nackt zähle bevor ich in einen kommodösen Tiefschlaf falle ich weiß es so genau da ich meine Freundin in den letzten vier Monaten dazu genötigt habe eine repräsentative Querschnitt sag mal so meiner Einschlafzeit zu errechnen Anfangs machte sie das auch ganz brav und stand mit ihrer Stoppuhr und einer Excel-Tabelle am Fußende des Bettes und verrücktete ihrer Arbeit soweit ich das beurteilen konnte recht gründlich nach einer Woche kamen wir zu dem Ergebnis dass ich etwa 17 Minuten und 33 Sekunden und somit 1053 gezählte Schäfchen benötige um eins zu schlafen um aber auf eine deutlich kürzere Einschlafzeit und somit mehr Lebensqualität zu kommen bat ich meine Freundin während unseres Feldversuches nur mehr durch die Nase zu atmen um für eine geringere Lärmpegel und somit eine verbesserte Einschlafatmosphäre zu sorgen prompt verkürzte sich meine Einschlafzeit um eine Minute 20 was mir das zählen von 80 unnötige Schäfchen ersparte doch das Ziel der Wissenschaft darf nicht das verbessern sondern das maximieren von Zuständen sein durch meine gottgegebene Überredungskunst konnte ich also meine Freundin dazu erweigen eine Sauerstoffkonzentrator zum Spottpreis von 96,90 Euro zu erwerben der laut Hersteller die menschliche Atmung um mindestens 2,05 Dezibel unterschreitet meine Einschlafzeit verbesserte sich mit Hilfe des Sauerstoffkonzentrators zu unserer Verwunderung nicht dem geringsten vielmehr erhöhte sich die Einschlafzeit binnen drei Wochen um knappe 4% jedoch bestand ich darauf die Neuauflage des Projekts mit der Sauerstoffkonzentrator um eine weitere Woche zu verlängern der somit auch das Rückgaberecht für das Gerät verfahren würde da ich ein Mensch wie jeder andere bin und körperliche Nähe während des Schlafens verabscheue bat ich meine Freundin sich ein Schlaflager auf der anderen Seite des Zimmers einzurichten damit da mir die Aussicht auf ein ungeteiltes Bett einen psychologischen Vorteil in Anbetracht der Verkürzung meiner Einschlafzeit verschaffen könnte die strikte Nosalatmung wurde auch hierbei fortgesetzt bereits nach wenigen Tagen stellte sich heraus dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und somit auch ich die Wärme eines Fremdkörpers in meiner Nähe gewöhnt war um aber das angenehme mit der nützlichen zu verbinden beschloss ich die Örtlichkeit ihres Schlaflagers unter mein Bett zu verlegen da meine Berechnungen ergaben dass ihr astronomisches Körpergewicht auch durch eine 19 cm dicke Matratze genügend Wärme absondert um meine gewohnte Schlaftemperatur beizubehalten nach drei Wochen bewies die kalte Empirie dass ich direkt behaben sollte da meine Einschlafzeit auf exakt 13 Minuten und 30 Sekunden gesunken war und ich somit nackt für nackt einer Herde von 811 Schäfchen zählen musste doch wie jeder gesunde Mensch hasse ich Printzahlen und 811 ist eine Printzahl was die einzig logische Konsequenz zuvor gehad hat dass meine Freundin den Sauerstoffkonzentrator wieder anlegte und für die weitere Projektlaufzeit unter meiner Bett verweilte nach vier Monaten hatte sich meine Einschlafzeit auf exakte 14 Minuten 33 Sekunden und somit 873 zu zählende Schäfchen eingependelt zur Zeit arbeite ich an meinem Projekt zur genauen Erfassung meines Streuwinkels wenn ich bei einer Außertemperatur für 3 Grad Celsius auf einem Bundleis uriniere wobei mir unverhoffterweise meine Projektpartnerin und geschätzte Freundin abhanden gekommen ist Sollte ich mit diesem Vortrag ihr Interesse und meine Zusammenarbeit geweckt haben bitte ich sie mich in meiner Zelle in meinem Labor aufzusuchen und bis dahin guten Tag Dankeschön